Ein Ford Transit mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Klimaanlage, ESP, Servolenkung, Wegversperre, Airbag und noch vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohauskügler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.